Aus österreichischer Sicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, könnte der dritte Turniertag hier bei den Amadeus Junior Specials im Salzburger Flachgau in Lampigtshausen nicht beginnen. Erstens, Petrus, unser Wettergott, ist uns wiederholt und heute scheint ein wunderschöner Tag zu werden und wunderschön hat es begonnen schon mit einem Sieg in Rot-Weiß-Rot in der Chill-Deinprüfung am heutigen Morgen. Durch Lena Binder. Lena, heute Morgen 8 Uhr früh. Der frühe Vogel fängt den Wurm und du warst heute die Schnellste beim Würmer sammeln im Parcours. Deine Manni heute wieder fantastisch gesprungen. Zufrieden gewesen mit deiner Runde? Ja, ich war sehr zufrieden mit der Runde. Ja, jetzt sind ja am Rande nicht nur dein Vater, unser Bundestrainer gestanden, an Tomate Bauer, sondern auch deine Großeltern. Ist das immer eine besondere Motivation, wenn die Großeltern da sind und zuschauen? Ja, ich möchte halt zeigen, wie gut ich bin und ich möchte halt vor ihnen ein großes Vorbild sein. Super, jetzt habe ich dir den Parcours mir mal genau angeschaut. Da war so eine kleine Unsicherheit drinnen, da wolltest du, glaube ich, früher abwenden, bist aber dann nicht ganz um die Kurve gekommen. Bringt das einen jungen Reiter, so wie dich, auch aus dem Konzept oder hat man da schon genug Erfahrung, dass man da hier schnell umschalten kann? Ähm, ja, also ich war eigentlich, ich habe gedacht, dass das gar nicht passiert, aber ich habe dann probiert umzubleiben und mich umgeschaltet. So, jetzt aber heute noch der große Tag, Nationenpreis. Du zweimal im Einsatz bei den Ponys und bei den Schildren. Was nimmt sich die Lena Binder mit dem österreichischen Team, mit deinen Partnern heute noch vor? Ähm, dass wir null im Nationenpreis sind, doppelt null, das hoffen wir. Und im großen Preis dann am Sonntagmorgen auch noch irgendwelche Wünsche? Ja, dass ich null bin und schnell. Null und schnell. Dann wünschen wir dir toi, toi, toi. Du hast nicht nur dein Team Alpenspann, nicht nur deine Großeltern, sondern ganz Österreich heute glücklich gemacht. Danke. Danke.